Wie kann ich Logics Hintergrundfarbe ändern? Wie bekomme ich das Rechtsklick-Werkzeug für die Maus und woher bekomme ich diese coolen farbschattierenden Loops in Logic? All das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Deine Musikproduktionssoftware so einzustellen, dass sie am besten zu deinem Arbeitsstil passt, ist essentiell dafür, um a. zügig zu arbeiten und b. dass du auch Spaß bei deiner Arbeit hast. Und deswegen gebe ich dir heute 10 Tipps, damit du Logics Erscheinungsbild so individualisieren kannst, damit es zu dir passt. Die meisten Optionen, wie du Logic für dich individualisieren kannst, findest du hier oben unter Logic Pro, Einstellungen und dann Allgemein und dann gehst du hier auf Anzeige. Und hier fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 1 und das ist das Informationsfenster groß zu machen. Wir bleiben also hier auf Allgemein und hier auf Informationsfenster groß. Das bezieht sich auf den Inspektor hier links. Wenn du den Inspektor hier mal beobachtest und ich klicke jetzt auf Informationsfenster groß, dann siehst du, dass die Fenster hier größer werden, bzw. die Schrift wird hier größer. Das ist für mich sehr, sehr angenehm, denn ich arbeite mit zwei Monitoren. Ich sitze relativ weit hinten und ich finde die Schrift hier so ein bisschen sehr klein. Und es stört mich auch nicht, wenn es hier größer ist, ob es hier über den Kanalzug überlappt. Und deswegen finde ich das eine super coole Funktion. Ich finde es wesentlich übersichtlicher und ich kann es einfach viel besser lesen. Wenn wir schon bei viel besser lesen oder viel besser sehen sind, kommen wir gleich zu Schritt Nummer 2 und das ist die breite Abspielposition. Die bezieht sich hier auf den Cursor. Du siehst den Cursor hier. Ich finde den so ein bisschen dünn und ich habe das irgendwann mal entdeckt und finde es super praktisch, wenn man die Abspielposition breit macht. Ich drücke also hier drauf, beobachte den Cursor und zack ist dein Cursor um etliches breiter. Ich denke mal sogar doppelt so dick. Und so siehst du viel besser hier, wenn man einen Unterschied anschauen möchte, ob der jetzt, wo er jetzt genau ist. Und er leuchtet, glaube ich, auch mehr hat man zumindest den Eindruck. Also finde ich super praktisch, den Cursor hier ein bisschen breiter zu haben. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und der befindet sich hier im gleichen Fenster und zwar Symbole im Dialogfenster neue Spuren anzeigen. Das finde ich auch sehr praktisch. Wenn ich also hier eine neue Spur jetzt anlege, kann ich das entweder über den Tastaturkursbefehl Command Option N machen. Dann siehst du, dass er mir hier ein Fenster öffnet und jetzt möchte ich hier zum Beispiel ein Softwareinstrument erzeugen und er öffnet mir jetzt hier auch gleich die Bibliothek und so weiter. Das ist ganz okay. Wenn du es aber ein bisschen luxuriöser haben möchtest, gehst du jetzt hier auf Symbole im Dialogfenster neue Spuren anzeigen. Ich klicke das mal an und öffne jetzt mal eine neue Spur hier über Plus hier oben. Und jetzt zeigt er dir hier verschiedene Möglichkeiten an, wo du einfach eine bessere Übersicht hast. Es ist jetzt ein bisschen eine Spielerei, aber ich finde es ein bisschen übersichtlicher. Du hast hier deinen Drummer, du kannst eine Gitarre hier anschließen, dann packt er dir gleich einen Gitarren-Amp mit drauf. Du kannst nur ein Mikrofon anschließen oder eben dein USB-Keyboard. Ich finde es auch ein bisschen übersichtlich, obwohl es eigentlich eine Funktion eher für Anfänger gedacht ist, aber ich habe es inzwischen so eingestellt und finde es wirklich sehr, sehr praktisch. Wir gehen weiter zu Tipp Nummer 4 und dazu wechseln wir hier auf den Reiter Spuren. Hier ist jetzt eine Frage, die ich auch sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und zwar, wie du den Hintergrund hier verstellen kannst. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber manche sind nicht zufrieden mit dem dunklen Hintergrund und sehnen sich den hellen Hintergrund von Logic 9 zurück. Und das kannst du hier über Hintergrund ganz einfach machen. Wenn du hier den Reiter aufklappst und auf hell gehst, schwupps, hast du wieder die eklige, helle Hintergrundansicht von vor 10 Jahren, zumindest meiner Meinung nach. Du kannst auch eigene machen, zum Beispiel hier. Und jetzt kannst du hier individuell einstellen, wie hell du tatsächlich deinen Hintergrund haben möchtest. Ich lasse es jetzt gerade mal für den nächsten Tipp noch ein bisschen hell. Denn in Tipp Nummer 5 geht es um die Rasterlinien. Die siehst du hier unten und die Rasterlinien, das sind diese hier. Und das ist jetzt tatsächlich ganz nützlich oder kann nützlich sein. Im Moment ist es automatisch bei mir eingestellt. Das heißt, es sollte automatisch eingestellt sein. Jetzt siehst du, dass die hier weiß sind. Und wenn ich jetzt hier das auf individuell gehe, das war verstellt, weil ich es vorher schon mal probiert habe, dann kannst du hier jetzt eingeben, zunächst mal, ob die weiß oder schwarz sein sollen. Und du kannst auch die Liniendicke feststellen. Ich zoome mal hier gerade ein bisschen rein. Also ich kann jetzt hier die Liniendicker machen oder nur diese Liniendicker machen. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein liniertes Heft in der Grundschule jetzt. Oder du kannst es, wie gesagt, einfach weiß haben. Oder du kannst es mischen, wie auch immer du möchtest. Alles Spielereien, aber ich weiß, für manche Leute ist das tatsächlich wichtig. Ich lasse das aber immer automatisch und lasse meinen Hintergrund auch dunkel, weil mir tut das weiß wirklich in den Augen weh. Wir machen weiter mit Tipp Nummer 6 und das sind farbschattierte Loops. Du siehst hier, dass ich hier oben in den ersten zwei Spuren hier Loops habe und die sind manchmal so ein bisschen schwierig zu unterscheiden als Loops. Du siehst also hier die Originalspur oder die Originalregion und hier hinten, das ist der Loop. Manchmal ist es ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Und deswegen gibt es hier unten unter dem gleichen Reiter Spuren farbschattierte Loops. Wenn ich das jetzt anschalte, dann habe ich wunderbar farbschattierte Loops und kann somit Loops und normale Kopien viel, viel besser voneinander unterscheiden. Eine andere sehr, sehr lustige Funktion bezieht sich auf den Mixer. Wir gehen also hier einen Reiter weiter. Ich schiebe das mal ein bisschen nach oben und wir schalten jetzt den Mixer an. Wenn du jetzt hier auf Play drückst, bewegen sich normalerweise die Fader hier ganz normal. Und ich will auch nie auf die Idee kommen, hier was zu verstellen. Aber wenn du das möchtest, kannst du tatsächlich die Reaktionszeit verstellen. Und zwar, dass sich die Anzeige hier schneller oder eben langsamer bewegt. Das geht hier über Reaktionszeit. Wenn du also möchtest, dass sich die Fader sehr, sehr schnell bewegen, weil du irgendwas ganz genau beobachten möchtest, was weiß ich, kannst du das einstellen. Und jetzt siehst du, jetzt wird es hier unten schon richtig hektisch. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen das irgendwelche Techno-Menschen, die extrem schnelle Musik machen. Ich weiß nicht, mich würde es wahnsinnig machen. Es ist auf jeden Fall möglich und du kannst auch bezwecken, dass es sich sehr, sehr langsam bewegt. Wenn du vielleicht ein bisschen nervös bist und das nicht so magst, dann bewegen sie sich wesentlich langsamer. Ich lasse die Einstellung hier aber immer auf empfohlen, weil mir das absolut so reicht. Wenn wir schon beim Mixer sind, gleich noch eine andere Funktion, die du jetzt hier aber direkt im Mixer findest. Und das ist die Kanalzüge breiter oder schmaler zu machen. Das geht hier. Du kannst sie also breiter machen oder einfach schmaler machen. Ich habe es immer auf der breiteren Ansicht, weil mir das auch lieber ist. Ich finde das so wesentlich übersichtlicher. Eine weitere Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist die Hintergrundfarbe, bei der wir gerade schon waren, aber diesmal vom Piano Roll Editor. Auch das funktioniert hier oben über Logic Pro Einstellungen, Audio. Dann gehen wir hier wieder auf Anzeige und hier kannst du auf Editoren gehen. Also ein weiter jetzt als den Mixer und dann siehst du hier Piano Rolle, heller Hintergrund. Und wieder hast du das hässliche Weiß, das ich so liebe hier und hast dann also dein Piano Roll mit einer weißen Hintergrundfarbe. Manche vermissen das anscheinend tatsächlich, ich kann mir nicht erklären warum, aber du kannst diese weiße Piano Rolle auf jeden Fall haben, wenn du möchtest. Ich schalte jetzt aber hier wieder zurück und wenn wir schon bei Farben sind, dann gleich nochmal ein Tipp hierzu, was auch oft gefragt wird. Und das ist die Einstellungen der Spurfarben oder das automatische Einfärben der Spuren. Das siehst du wieder hier über Spuren. Ich bin jetzt wieder zwei Reiter zurückgegangen. Die Spurfarbe kannst du entweder statisch einstellen, das habe ich jetzt gerade eingestellt. Das heißt, wenn du dann eine neue Spur reinziehst, dann passiert nichts, beziehungsweise hast du dann immer für Audio Loops diese blaue Farbe und für Midi Loops diese grüne Farbe. Für die Pattern Loops weiß ich jetzt gar nicht und für die Drummer Loops die gelbe Farbe, genau. Du kannst aber auch einstellen, dass die Spurfarbe automatisch zugewiesen wird. Das mache ich jetzt mal. Und zwar mache ich hier automatisch zuweisen 24 Farben. Du kannst auch 96 machen, dann werden die Farbabstufungen aber sehr, sehr ungenau und man kann es kaum mehr unterscheiden. Ich mache es also hier einfach automatisch zuweisen 24 Farben und hier gleich noch ein Zusatztipp. Schalte hier auch noch gleich ein Regionsfarbe wie Spurfarbe, denn alles andere macht keinen Sinn. Das heißt, wenn jetzt die Spurfarbe hier reinziehen würde oder neue Spurfarben reinziehen würde, dann würde das nicht unbedingt heißen, dass sich die Regionsfarbe verändert. Ich weiß nicht, warum man das überhaupt umstellen kann, aber nur das hier macht natürlich Sinn. Gut, ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich mir zehn neue Loops reinziehe. Ich öffne dazu hier den Loop-Browser. Das sind jetzt hier alles MIDI-Loops. Das ist aber wurscht. Ich ziehe die jetzt hier rein. Und jetzt siehst du, dass er hier die Spuren gleich automatisch eingefärbt hat. Im Mixer sind die auch gleich eingefärbt. Wenn du es noch genauer haben möchtest, kannst du hier mit Rechtsklick oder Control-Klick auf den Spurheader gehen. Du kannst auf Spurheader-Komponenten gehen und kannst dann Spurtyp Farbbalken wählen. Dann hast du es hier vorne auch nochmal eingefärbt. Ich mache es ganz gerne, weil ich es einfach nochmal übersichtlicher finde, insbesondere, wenn du sehr, sehr große Projekte hast. Einen kleinen Zusatz-Tipp möchte ich dir noch geben, weil ich diese Frage immer und immer wieder gestellt bekomme. Und das ist, wie lege ich mir hier oben ein drittes Werkzeug an, ein Rechtsklick-Werkzeug. Auch das ist wirklich einfach. Du gehst auch wieder hier oben auf Logic Pro, Einstellungen, Allgemein. Und dann gehst du hier auf rechte Maustaste. Im Moment öffnet die mein Werkzeugmenü. Das siehst du hier. Und jetzt kannst du auswählen, kann einem Werkzeug zugewiesen werden. Und schwupps haben die hier unser drittes Werkzeug, das du nach Belieben auswählen kannst. Ich mache mir hier das neue Gain-Werkzeug ganz gern drauf, weil du hier super schnell dann einfach das Gain für die Spur einstellen kannst. Du kannst aber einstellen, was du möchtest. Ich würde hier, wenn du das machst, weil du auch die Werkzeugkiste oft brauchst, mir dann einen Tastatur-Kurzbefehl für die Werkzeugkiste anlegen. Ich habe hier W. Das heißt, über den Tastatur-Kurzbefehl W öffne und schließe ich dann meinen Werkzeugkasten, weil das ja über den Rechtsklick dann wegfällt, weil ich ja mir hier ein Rechtsklick-Werkzeug angelegt habe. Übrigens, wenn du noch mehr Tipps möchtest, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst, wenn du gerade erst umgestiegen bist von einer anderen DRW oder gerade erst mit Logic angefangen hast, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal zehn weitere Tipps, wie du Logic für dich besser einstellen kannst, wie du schneller in Logic arbeiten kannst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das ist ein PDF, hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen, also unbedingt empfehlenswert. Jetzt interessiert mich natürlich noch, wie du das machst. Hast du Logic für dich in irgendeiner Form individualisiert, wie ich das gerade hier gezeigt habe? Benutzt du vielleicht auch die weiße Pianorolle oder wie auch immer, die ich überhaupt nicht kleiden kann? Oder das würde mich mal sehr interessieren. Schreib mir das bitte unten in die Kommentare, wie hast du Logic für dich individualisiert? Wenn du viele weitere Logic-Tutorials sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Das sind über 130 Logic-Tutorials, glaube ich, inzwischen. Also Wissen ohne Ende, dass du saugen kannst. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schicke dir wie immer viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann! Bis dann! Bis dann!